Ein Audi A6 steht hier zum Verkauf. Der graue Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 149.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2011. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 170 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017